Ja, Anja, bekommen wir und nicht nur das. Guten Abend, liebe Zuschauer. Mit jedem Tag wird es nicht nur sonniger, sondern auch wärmer. Der Temperaturtrend von Magdeburg zeigt, ab Donnerstag können wir uns auf 20 Grad und mehr freuen. Und gleichzeitig verstärkt sich dazu Hochdruckeinfluss. Es steht uns also eine goldene Herbstwoche bevor. Und auch die bevorstehende Nacht gestaltet sich ruhig. Schauer sind nur noch selten unterwegs. Meist bleibt es trocken. Dazu ist es zunächst wechselnd bewölkt. Später lockert es mehr und mehr auf, bis es morgens zum Teil nur noch gering bewölkt ist. Dann kann sich örtlich Nebel bilden, denn der Wind weht nur schwach. Und morgen zieht es sich dann aber rasch wieder zu. Und so kann sich die Sonne nur gelegentlich gegen die Wolken durchsetzen. Schauern wird es aber nur vereinzelt, selten auch mal gewittern. Und dabei schaffen es die Temperaturen schon auf 18, 19 Grad. Am Mittwoch bekommen wir neben etwas mehr Sonne dann auch wieder vereinzelt den ein oder anderen Schauer ab. Aber örtlich knacken wir schon die 20-Grad-Marke. In Halle geht es sogar rauf auf bis zu 22 Grad. Und am Donnerstag und Freitag wird es dann noch schöner. Ja, und schön mit diesem Attribut kann man auch unser heutiges Zuschauer-Foto beschreiben. Obwohl einem da auch noch viele weitere einfallen können. Reinhard Kellner aus Magdeburg beschrieb sein Foto aber wie folgt. Morgennebel wehrt sich gegen die aufgehende Sonne auf einer Landstraße in der Börde. Malerisch. Vielen Dank dafür.